Was geht ab, Leute, zu Nordoled Games und willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare. Wunderbar. Wohl auch Zeit. Schallgedämpfte Shotgun, wie geil ist das denn? Natürlich werde ich das nutzen. Oh, was? Genau hinter dir. Sicher. Gehen wir runter, zu Hadir. Da ist gute Leute verloren. Das sind die Kosten des Krieges. Wir erobern Barkovs Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Das wird ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan. Du bist jetzt in meinem Haus, Alec. Habt mich bei Barkovs Basis eingerichtet. Erhalte die Bastarde im Auge. Freunde nah. Feinde näher. Ich sag doch, wir machen's auf unsere Art. Keine Granaten. Wir improvisieren. Nicht schlecht. Hast du etwa gedacht, wir kämpfen mit Keulen? Alter, was ist das? Die Russen verstehen nur Gewalt. Also kriegen sie Gewalt. Ja, man sieht's. Barkov hat Luftstreitkräfte. Also wir auch. Damit kann ich leben, AK. Fernlingflieger, bestückt mit C4. What the fuck? Geil. Fernlingflieger mit C4. Äh, ja? Möchte ich steuern? Ey, wie kommt man auf sowas? Wie geil ist das denn? Das ist Call of Duty, Leute. Boah, wie viele von denen. Crash mal voll in den Helikopter. Kabül. Voller Erfolg. Gehen wir runter. Ihr Luftstützpunkt liegt direkt voraus. Team 2 gibt uns mit dem Geschütz Deckung. Hammer. Hammer. Das sind genau die kleinen Sequenzen, die ich am Modern Warfare so liebe, ey. Abgedrehte, kleine, feine Technik. Vorstärfen. Kein Schalldämpfer. Wir kämpfen, um Ur-Sigstan zu befreien und uns unser Land zurückzuholen. Für Ur-Sigstan. Für Ur-Sigstan. Für Käpt'n Price. Feuer. Stürmen wir. Volle Action. Volle Action. Was ist der Herr? Okay. Was ist der Herr? Ferne den Flieger, bin ich dabei. Schnell, bevor der mich zerstört. Yes. Gute alte deutsche Waffe. Boom, sitzt bei jedem Schuss. Ich habe eine Idee. Ich habe noch einen Molotov rein, bevor wir den Verlängstünder hier wieder aktivieren. Das Verlängsteil. Guck mal da. Der Turm. Das ist genial. Der war ins Gesicht. Ich glaube, wir müssen mal weiter vorrücken. Ein Moment. Oh, welche Position? Ich habe gerade keinen. Boah, den ganzen Compound hochgejagt. Das ganze Haus. Also, viele sind es nicht mehr. Letzte Sekunde, ey. Es ist nicht so spaßig. Ich habe zwei, drei Schüsse, aber ich bin weg. Mein Gott, wie die fliegen. Alter, wo kommen die alle her? Oh. Das sind mir doch ein paar viele. Oh, ich habe meine eigenen kaputtgejagt. Ups. Oh, die Deckung, ne? Nicht vergessen. Oh. Oh, fuck. Upsa. Ich finde, es ist ein gutes Visier dran hätte. Keine Ahnung, ey. Ich sehe kaum Feinde. Man muss wirklich in Deckung bleiben. Es ist so extrem wichtig. Es waren zu viele. Gerade waren so wenig da an links und rechts, dass ich dachte, ich kann bis zu diesem Fass vorrücken. Aber nein, keine Chance. Ich glaube, die Waffe ist ein bisschen besser als die AK gerade, weil die... Oh, nein, 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 nein. Selbst hinter mir sind die schon... Das wird gefährlich. Wir müssen echt aufpassen. Das ist echt merkwürdig. Fuck, einfach mal reinhalten, ey. Ich hoffe, der sich nur um die Ecke lehnt. Das ist genial. Ich hoffe, ich habe ein paar erwischt, ey. Ich hoffe, die spawnen nicht nach. Das ist so typisch Call of Duty. Man bleibt an einer Stelle stehen, killt alle. Und die spawnen nach und nach, bis man vorgerückt ist. Das sind noch keine. Gut, das sieht bis jetzt gut aus. Vorsicht. Wir können endlich vorrücken. Gut, ich benutze einen, aber da ist nicht viel. Boah, wir sorgen für Vernichtung. Für reinste Vernichtung. Alex, die Waffenkamera ist das rote Gebäude. Gar nicht. Wir im Dorf, du gibst. Warum war mir das klar? Du lässt den Waffen immer gesichert. Die Räuber liegen hinter dem Tor. Alles zum Tor. Alles klar. Holy moly. Na, die nehmen wir mal. Änderts so starker Modern Warfare 2, oder? Hey, und wenn euch das Ganze gefällt, gebt dem Video bitte einen Daumen hoch und abonniert für die neuesten Infos, für alle Uploads und klickt natürlich auf die Glocke. Danke für euren Support. Verdammt, wir müssen da durch. Das ist der Weg zur Rollbahn. Tja, es werden tausend Flieger, ne? Ich werde es rammen. 3-1-1-Watcher. Wir würden zur Rollbahn vor. Wo bleibt die Luftunterstützung? Echo 3-1-2. Unterwegs. Ohne. Ja! Oh, shit, ey. Man denkt so, ja, ich kill hier ein paar und da ein paar. Ne, das ist eine ganze verdammte Armee, die da noch steht. Oh, shit. Ja, die Flugzeuge. Ich habe es zu spät gesehen. Hammer. Es verzieht so krass, dass ich keinen treffe. Ja, gut zur Nacht. Alles klar, ihr habt ihn gehört. Oh, shit. Das war ein bisschen... ein bisschen daneben. Scheiße. Also, wir haben keine Flieger mehr. Ich kann da nicht durchrennen, oder? Oh, fuck. Ich glaube, den habe ich ausgeknipst. Das ist wirklich nicht einfach, ey. Geil, Munition. Hä, damit. Kurz nachladen. Da ist das rote Gebäude. Da muss ich hin. Genau deswegen will ich nicht raus. Ich bin so schnell tot. Jetzt müssen wir uns mal was trauen. Okay. Jetzt müssen wir uns mal was trauen. Gut, dass ich das Ding mitgenommen habe. Boah, jeder schoss ein Treffer. Let's go. Der Hangar ist so nah. Stürm das Ding. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Die werden nicht viel Deckung geben. Gott, die Waffe hört sich gut an. Die Waffen-Sounds generell. So gut. Fuck. Wo kommt das denn her? Hallo, hab ich gar nicht gesehen. Da drin sind noch ein paar Hunde. Ich höre sie. Alex, an die Tür. Gebt ihm Deckung. Verschlossen. Mist. Ich werfe eine Granate rein. Hier auf, Alex, spring. Hier, Alex. Eins, zwei, drei. Haha. Brennt. Waffenlager leeren, Alex. Geil. Geil. Boah. Ich dachte, die hätten... Boah. Boah. Der hat mich verarscht. Der hat mich reingeschickt. Ich dachte, das ist sauber nach dem Molotow. Hier, Alex. Verarscht der mich einfach. Ist doch der Rheinder. Und da steht da noch einer. Jetzt ist es leer. Reinder. Letzte Baffen können wir sicher. Ich hab Nachschub. Boah. Voll verkohlt. Leil dich. Feindliche Verstärkungen kommen auf der Stadt. Ohoho. Brandgranatenwerfer. Dafür lasse ich die Sniper gern mal hier. Ne. Gib mir die Ska. Dann machen wir noch eine geile Sniper. Aber ich kann nur zwei tragen. Wir machen so ein bisschen Ramba-Zamba. Boom, boom. Es ist noch nicht vorbei. Komm, komm. Oh. Ja. Hehe. Das waren meine Verbündinnen. Bessel Waffen können wir sicher. Ich hab Nachschub. Beeil dich. Feindliche Verstaffungen kommen auf den Start. Ach komm schon. Sie sind auf der Rollbahn. Das wird hart, die zu treffen. Oh shit, was zum Henker. Mehr hab ich nicht. Oh, da hab ich Koordinaten für dich. Let's go. Ist das geil. Das ist Modern Warfare. So, wo bin ich? Orientierung. Vorwärts fliegen. Boah, das ist ja mega gut gemacht, ey. Zieht euch das rein. Oh, da feuer mich auch. Bam, 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 bam. Guckt euch das an. Puh, Zerstörung. Puh, ich kann so viel B*********. Das Ding wird nicht heiß. Wir machen nur die Gegner heiß. Die ziehen sich zurück. Und die Basis gehört uns. Du tötest also Russen. Nur die Bösen. Es war ein großer Sieg für Ursixtan. Danke, Mann. Wir sind ein gutes Team. Ja, wir haben Zeit gewonnen. Aber Barkov schlägt zurück. Wie wir auch. Alex und Kommander Karims Truppen haben General Barkovs Operationsbasis zerstört. Die russischen Luftstreitkräfte in Ursixtan sind vorerst geschwächt. Wir müssen schnell agieren. Sergeant Garrick, dank der Infos konnten wir die für Piccadilly verantwortliche Alcatrazelle zu einem Haus in Nordlondon verfolgen. Drei SAS-Teams gehen rein, um sich ein Bild zu machen. Wenn der Wolf das gestohlene russische Gas in Ursixtan hat, müssen wir ihn finden. Achtung, es könnten Zivilisten vor Ort sein. Augen auf, bevor ihr schießt. Ziele voraussagt. Es kann losgehen. Oh mein Gott, sieht das Spiel gut aus oder sieht das Spiel gut aus? Wow. Hammer. Genau hinter dir, Captain Price. Genau hinter dir. Steigen ein. Haben wir Infos. Holen die Leute raus. Auf geht's.